So, ich würde mal sagen, wir haben irgendeinen Bot am Start. Ich möchte euch mal folgendes zeigen, nämlich, ihr seht jetzt gerade, dieses Video hat gerade mal einen einzigen View und wenn ihr mal hier unten schaut, wie viele Dislikes dieses Video bekommen hat, dann frage ich mich doch sehr, wie ein Video mit einem View sieben Dislikes bekommen hat, ziemlich genau zehn Sekunden, nachdem ich es veröffentlicht habe. Und ich würde jetzt mal wissen, kann man was dagegen machen? Ist es nicht nicht erlaubt, auf YouTube Bots zu benutzen, um zum Beispiel Kanäle irgendwie zu disliken oder was auch immer der Videos halt zu disliken? Würde mich, wie gesagt, mal interessieren. Vielleicht weiß einer von euch da ein bisschen mehr drüber. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt dieses Video oder auch wann ich es publizieren werde, dass ich praktisch euch das jetzt hier zeige, aber ich persönlich finde das sehr, sehr eigenartig und ich würde einfach gerne mal wissen, was man dagegen tun kann. Das ist jetzt zwar ein sehr, sehr kurzes Video, bloß ich wundere mich einfach, a, wie sowas funktioniert und b, ob man das irgendwie abstellen kann, weil ich kann natürlich Folgendes tun, ich kann jetzt meine, ja, das praktisch verstecken und sagen, okay, ich zeige nicht mehr den Leuten an, wie viele Up- und Downvotes das Video hat, aber ich finde es irgendwie schon ganz eigenartig, dass da so viele Bots jetzt da anscheinend unterwegs sind, die halt meine Videos disliken. Entschuldige euch, dass sich das irgendwie auch so kindisch anhört, oh Leute, disliken meine Videos, aber ich finde das irgendwie ein bisschen spooky und deswegen wollte ich mal fragen, was ihr so darüber denkt und ob ihr wisst, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, dagegen was zu tun, weil ich finde das sehr eigenartig und gerade wenn das natürlich jetzt auch ein bisschen mehr wird und auf einmal 10, 20 Dislikes da kommen oder vielleicht sogar hunderte, dann tut das natürlich auch diesem Kanal sehr, sehr weh und diese Videos werden weit weniger Leute erreichen. Also wie gesagt, meine Frage an euch ist, gibt es da irgendwas, was man machen kann und wenn nicht, dann wie gehe ich damit am besten um? Das war jetzt ein sehr, sehr kurzes Video, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, ich hatte es bloß gerade entdeckt und dachte mir, dazu muss ich einfach ein Video machen, das war jetzt wirklich sehr ungeplant, ich hoffe, wie gesagt, das verwirrt euch jetzt nicht, aber mich hat das hier sehr verwirrt, ein View, sieben Dislikes, mal sehen, wenn ich das jetzt refresh habe, dass da noch mehr Dislikes reinkommen, tatsächlich, es kommen immer mehr Dislikes rein, jetzt sind wir schon bei 8 Dislikes, finde ich persönlich sehr, sehr eigenartig. Aber wie auch immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielleicht könnt ihr helfen.